Wir waren jetzt bei Fashion Week, Elbe Gerzog. Wie sind Ihre Eindrücke? Also ich muss sagen, das ist meine Frau und die Kollektion. Also die Kleider sehen so fantastisch aus. Alles ist spitze. Das macht jede Frau so weiblich. Und die Kleider sind unterschreitend auf die Falle von Frauen. Und das finde ich, glaube ich, schön. Wir sind ja schon einige Male auf Fashion Week gewesen in Berlin. Und wie gefällt es Ihnen auf Fashion Week? Ja, das ist ein normaler Fashion Week. Also es ist ein tolles Thema. Und ich würde es Ihnen gerne machen.